Jetzt reicht das eigentlich, wenn ich... Das reicht nicht. Ich hoffe, das hat niemand gehört. Ich denke aber nicht. Was gibt's denn hier? Ein schönes Schätzchen. Was bist du? Was ist da drin? Ein Goldluchs. Ja, klar. Warum nicht? Kann man gut verkaufen. Das war der Schatz. Was ist das hier? Was ist das hier? Ist das Schießpulver? Ich glaube schon. Ich hoffe, das hat niemand gehört. Komm. Wow. Okay, das hat jemand gehört, wie es aussieht. Ähm. Was? Wie will der mich erwischt haben? Oh, das war er. Komm, komm, komm. Ganz genau. Wie will der mich zerbombt haben. Was? Okay, wir sind... Wir sind halt im Eimer, ne? Wir sind tot, oder? Moment, ich sammle erst mal auf. Hier kommt ja wahrscheinlich jetzt niemand mehr. Und jetzt. Äh, wir haben ja so ein Ding hier. Boah, Junge, wir sind... Ein Windhauch und wir wären tot. Ich würde gerne das Ding hier benutzen, weil damit wird natürlich unsere maximale Gesundheit verbessert. Oh, guck mal, wir haben sogar ein gelbes Kraut. Herstellen mit dieser Kräutermischung hier. Geil. Jetzt haben wir noch so ein Ding. Ich hab das Gefühl, wir kriegen das hin, dass wir... Was ist das denn hier eigentlich? Bolzen? Warum hab ich die? Muss ich mal verkaufen. Nicht so viel Munition leider dafür. Sieben hierfür. Okay, ja, ja, ja. Kriegen wir hin. So, warum... Ach, das Ding hier. Ich hab das voll vergessen. Im Panikzustand Schießpulver. Das haben wir noch hier rumliegen gehabt. Im Panikzustand, weißt du. Vergesse ich einfach Sachen. Danke. So. Was geht hier ab, Mann? Was... Was ist hier los? So, das ist der Anfang. Da müssen wir nicht mehr hin. Wir gehen einfach weiter. Ein Raketenwerfer? Was? Ah! So, hast du deine Chance vertan, mein Freund. Was ist zum Henker? Was ist das? Warum kann ich den nicht erwischen? Okay. Ich erwisch den irgendwie nicht. Warum auch immer. Schnauze. Schieß doch, komm. Komm schon. Oh, der zieht er mich nicht mehr. Ist ja irgendwas. Komm mal ab, Mann. Oh, Moment. Was ist das denn hier? Nichts. Das hat nichts gebracht. Wir haben ihm einfach seinen Schießarm weggehauen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter, den habe ich kommen sehen. Junge. Okay. Okay. Wir schauen uns nochmal ganz kurz hier um. Ich glaube, wir haben alles, ne? Der Typ mit dem Raketenwerfer. Junge. Nicht dein fucking Ernst. Hier ist sonst nichts, ne? Komm. Wo war das denn jetzt? Oh mein Gott. Da. Fuck, Mann. Okay. Hat er seinen Raketenwerfer etwa nicht? Nein, hat er nicht, ne? Nicht hinterlassen. Schade. Das wäre ganz cool gewesen, glaube ich. So, was ist denn hier? Schießpulver. Okay, nehme ich. Nehme ich, nehme ich, nehme ich. Sonst ist hier nichts. Dann steige ich hier mal kurz runter. Denn vielleicht liegt ja hier sein Raketenwerfer. Nein. Tut er nicht. Mann. Schade auch. Hätte er sein können. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Ich schaue mir mal nach, bevor ich weitergehe, durch irgendwelche Türen gehe. Es kann ja sein, das kann ja sein, dass ich irgendwas verpasse. Und das möchte ich nicht. Okay. Nachladen. Nachladen. Immer schön alles nachladen. Die Schoddy ist aufgeladen. Pumpgun. Habe ich keine. Äh, ich meine, Magnum. Habe ich keine weitere Munition gefunden. Und es geht wieder in eine dunkle Höhle voller Gegner. Äh, ich liebe es. Halten Sie Ashley hier fest? Ich habe keine Ahnung. Wir werden es sehen. Nicht wahr? Kann ich das Ding nicht auf die fallen lassen oder so? Oder ist es wie wieder so ein Raketenwerfer-Typ? Boah. Boah, Junge. Da sind schon einige, ne? Komm. Vielleicht kriegen wir das auch hin. Ohne, dass ich viel Munition verballern muss. Vielleicht aber auch nicht. So, da muss ich auf jeden Fall langen. Also da unten. Deswegen schaue ich erst mal nach diesem Weg hier. Vielleicht komme ich hier auch irgendwo hin. Irgendwo hinter die Kollegen. Was ist das? Oh. Da kommt niemand. Dann kann ich das Ding auch, äh, ausmachen. Wo? Wo geht es denn hier hin? Ist das der... Das ist der Hauptweg. Okay, ja, dann gehe ich erst mal da unten lang. Wir könnten die auch überspringen hier einfach, ne? Aber... Das will ich nicht. Das möchte ich nicht. Denn da gibt es einen Schatz. Das ist der gefährlichste von allen. Das war sein Kopf. Oh mein Gott. Nein, verdammt. Nein! Nein, 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 nein. Das war dumm, das war dumm, das war dumm. Okay. Warte, warte, warte. Ui, ui, ui. Ganz ruhig, Kollege. Kann ich hier irgendwie mit irgendwas... Habe ich keine Granaten mehr? Habe ich nicht. Das war ein dicker Fehler, hier hinzukommen. Fuck. Der letzte. Komm, komm, komm. Du bist das letzte. Okay, sehr gut. Also, sehr gut war es jetzt nicht, aber... Immerhin kriegen wir diesen Schatz. Und was ich unbedingt brauche, ist... Äh... Das hier. Es musste sein. Oh. So, hier gibt es ja nicht nur diesen Sch... Was? Hier komme ich wohl nicht rein. Oh, okay. Ich muss einen anderen Weg finden. Hier war die Handgranate. Die hätte ich gebrauchen können vorhin. Toll. Ganz toll, Leon. Hätte ich das mal vorher gesehen. Kann man die Dinger... Oh, die kann man aufmachen? Da wäre Munition ja nett. Schön. Ich höre was. Wo ist es? Ich kann es hören. Ich sehe es nur nicht. Jetzt sehe ich es. Das war ja wohl ein Volltreffer. 10 von 16. Ich hoffe, ich habe alle erwischt. Wahrscheinlich nicht. Eine elegante Krone. Ja, hallo. Kann ich mir die auch aufsetzen? Muss ich die verkaufen? Sonst würde ich die mir tatsächlich aufsetzen. Okay, da oben ist noch Geld an der Treppe. Da, ich sehe es schon leuchten. So, dann können wir jetzt in Ruhe weiter. Ein paar Pesetas. Ich freue mich schon auf den Besuch beim... bei unserem Freund. Beim Händler. Kann ich irgendwas zusammenbasteln? Sehr gerne. Flinte oder Gewehr? Äh, Flinte. Flinte. Muss. Es... Es muss. Es tut mir leid. So, hier... Oh mein Gott. Hier kann ich jede Menge einsetzen. Also wirklich jede Menge. Okay. Das ist... Hui. Ich mache jetzt mal den hier. Weil da passt ein eckiger rein. Dafür kriegen wir immerhin 20.900. Dafür brauchen wir einen eckigen. Aber zwei gelbe. Kann ich reinpacken. Äh... Oder... Ich warte, was ich für einen eckigen bekomme. Ich muss den ja noch nicht verkaufen. Ach, guck mal hier. Den Schlüssel hier. Was? Den kleinen Schlüssel kann ich verkaufen? Den brauche ich nicht mehr? Den Würfel? Okay. Verstehe ich. Oh, den kleinen Schlüssel? Toll. Haben wir das verpasst jetzt? Wahrscheinlich auf der anderen Insel, ne? Also auf dem Haupt, in der Burg. Hätte man das benutzen können. Macht Sinn. Aber... Ja, okay. Jetzt ist das halt so. Mein Freund, bist du hier? Oh, ich höre schon wieder irgendwo eine Bombe. Was ist das denn? Ein Seidenkristall. Schön. Was ist das hier? Nein. Okay. Ist nicht schlimm. Ist gar kein Problem. Was ist denn hier drin? Wahrscheinlich geht es da einfach weiter. Scheißpulver. Sank you. Wo ist die Bombe? Wo ist sie? Hier könnte ich speichern. Ja, gerade nicht. Muss nicht. Oh. Sehr schön. Komm her. Komm her, komm her, komm her. Ja? Komm, komm. Du bist dumm, ich weiß es. Oh, der aber auch nicht. Der einer zerfetzt, den anderen nicht. Oh mein Gott, das sind sehr viele. Nicht schlecht, ne? Oh, wow. Beide. Das ist schon sehr makaber. Aber gut. Es hat geklappt. Schießpulver haben wir dafür bekommen, dass er sich selber hier zerfetzt hat. Oh, diese Gänge hier, die gefallen mir nicht. Ich gehe erst mal hier rein. Das sieht wichtig aus. Irgendeinen der Spinde können wir öffnen, oder? Magnum-Munition. Magnum-Munition. Das gefällt mir natürlich extrem. Extrem, Freunde. Magnum-Munition ist holla die Kackfee. Oh, guck mal hier, mein alter, mein alter PC. Aus den 90ern. So, kann man sich hier irgendwas anschauen, oder ist das alles unwichtiger Kram? Alles unwichtiger Kram, außer das da hinten. Was, was macht der denn? Open. Der öffnet einfach nur die Tür unten. Ist jetzt die Frage? Was haben wir damit befreit? Irgendwas haben wir doch damit befreit. Hier ist sonst nichts mehr drin. Weiter geht's. Hier geht's ja noch weiter. Mal schauen, was wir hier noch finden. Aha. Runterspringen? Nö, gerade nicht. Das nehme ich damit. Jetzt können wir runterspringen. War hier die ganze Zeit eine Leiter? Die habe ich gar nicht gesehen. Okay. Warum musste ich das hier öffnen mit einem Knopf? Was sind das hier für Sicherheitsmaßnahmen? Was ist das für ein Grunzen? Oh mein Gott. Das ist nicht gut. Oh, Ashley liegt da. Nein, nein, nein. Lass sie doch schlafen, bis du bei ihr bist. Fuck. Halt durch. Äschle befreien. Ja gut, äschle befreien ist natürlich die Hauptaufgabe, die wir hier seit Anfang an haben. Was gibt's denn hier Schönes? Nichts? Nein. Ich habe das Gefühl, ich brauche gleich eine fettere Wumme. Ist nicht nur so ein Verdacht. Zwei Schuss haben wir für die Magnum bekommen. Das ist natürlich, wenn man trifft, ist das einiges. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Okay, die nehme ich mit. Ist das so ein Schwein wieder? Ist wahrscheinlich wieder so ein Schwein, ne? Oh, oh. Oh, hi, Freunde. Hey. Ähm. Oh mein Gott, das kann man nicht... Doch, das kann man ausweichen. Gibt's da irgendwelche Hilfsmittel? Nein. Okay, der wird zum Berserker. Ich bin ausgewichen. Ich bin wohl nicht ausgewichen. Okay. Sie können den... Spielmodus wechseln? Nein. Fortsetzen. Komm. Das kriegen wir hin. Ich habe nicht mal geschossen. Ich wollte nur mal gucken, ob ich in dem Raum irgendwas habe. Waffen-Tune. Ja, ja. So, einmal runter. So, ich probiere mal aus. Erstmal hier. Ob ich an den Rand komme mit meinem Messer. Wahrscheinlich nicht, ne? Komm, 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 komm. Doch, es geht. Nice. Aber komme ich an ihn auch ran? Niemals. Niemals. Oh. Da war mir die Shotgun-Munition, was mir wert. Oh. Okay. Äh, Ashley ist hier drin, ne? Geografisch gesehen müsste es sein. Was? Was? Eine Keycard. Brauche ich eine Karte. Ja. Habe ich nicht. Habe ich nicht. Mal gucken. Vielleicht finde ich ja irgendwo eine. Was ist das denn? Oh. Hier könnte ich hoch mit Ashley. Muss ich wahrscheinlich auch. Weil sonst komme ich nicht weiter im Game. Ähm. Bleibt nur noch der Weg hier. Was bist du? Nix. Was? Wo muss ich denn hin? Wo muss ich denn hin? Kann man hier irgendwas öffnen? Kann ich hier irgendwas? Okay, das kann ich nicht. Ashley. Warte auf mich. Okay, irgendwo muss ich doch... Da ist eine Leiter. Sehe ich halt nicht immer sofort. Okay, sorry. Magnum. Junge, Settler. Oder Krauser. Oder Knauser. Oder wie du heißt. Ihr habt ja jetzt schon keine Chance mehr. Ein grünes Kraut. Sehr geil. Dieser Kabelsalat. Das sieht aus wie hinter meinem PC. Das kenne ich. Erinnert mich gerade hart daran. So, Moment. In der Zelle von hier ist was drin. Okay, ja gut. Da bin ich ja noch nicht. Aber hier komme ich doch durch. Oh mein Gott. Das sind mehrere. Wehe, du siehst mich. Ich hoffe, du siehst mich nicht. Du verdammt. Okay. Ja, das war okay. Ja, komm. Werf doch. Werf doch. Das war elegant. Bah. Huh. Was? Was? Das konnte man nicht abwehren. Deswegen stand der. Okay, verstehe. Aus dem Weg. Was geht denn da hinten für eine Party? Okay, ich gehe da mal gerade hin. Ich hoffe, das kriege ich einigermaßen schnell hin. Komm, 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 komm. Nice. Hat er das nicht mitbekommen gerade, dass im Nebenraum die Fight ist? Noch? Dumme Idioten. Boah, ich muss mich mal gerade am Rücken kratzen. Hui. So, was willst du denn? Gib mir was Geiles. Fünf Pistole. Wow. In so einer, in so einer eleganten Box. Alter. Da hätte ich jetzt irgendwie einen Aufsatz erwartet für, für unsere Magnum oder sonst irgendwas. Was kommt stattdessen? Fünf Pistolen machen wir nicht jetzt hier. Traumhaft. Traumhaft, Freunde. Hier noch. Hier habe ich noch genug. Und das hier sieht gut aus, Mann. Junge, elf Schuss für die Magnum. Hui. Was haben wir hier? Schießpulver. Das nehmen wir mit. Der Endgegner kann sich auf was gefasst machen. Egal, wer da kommt. Der, der wird von uns penetriert. Flip-Munition. Yes. Der wird von uns zerstört. So, warum leuchtet es hier so bedrohlich rot? Das ist eigentlich nie ein gutes Zeichen. Oh mein Gott, mein Auge juckt. Wir kommen da ganz schlecht dran gerade. Hui. Wo sind wir hier? Wir haben einiges liegen gelassen, sehe ich gerade. Junge, mein Rücken kratzt. Wir müssen nochmal zurück. Sorry. Also hier geht es weiter, offensichtlich. Aber wir haben hier ein bisschen was liegen gelassen. Vielleicht liegt ja auch was im Schrank. Spinnt vielleicht. Noch ein bisschen Magnum. Munition. Nein. Oh, guck mal hier. Ja. Ich bin... Ich war zu schnell unterwegs. Zu schnell. So. Hier ist Geld. Hier ist... Natürlich. Selbstverständlich. Bitte, bitte verzeih mir, liebe Kiste, dass ich dich nicht zerstört habe. Ich... Ich tue es nie wieder. Ich war beim Rausch. Im absoluten Rausch. Äh... Das ist die Zelle. Wir kommen... Ja, wir kommen eh nochmal wieder, ne? Meine ich. Vielleicht über einen anderen Weg. Aber wir kommen wieder. So. Hier haben wir Flink-Munition her. Jetzt gehen wir durch den roten Raum. Ich nenne ihn halt roten Raum jetzt einfach. Warum? Weil die rote Leuchte... uns das sagt. Das ist... So. Haben wir hier noch irgendwas? Kann man hier irgendwelche Notizen sich anschauen? Nein, alles unleserlich. Ich meine, diese Kreaturen, die hier rumlaufen, den kannst du halt auch nicht... Da kannst du auch nicht erwarten, dass hier plötzlich so eine Schönschrift raushauen. Okay. Sonst haben wir hier nichts. Was ist im Topf? Nichts. Ich muss unbedingt zum... Äh, hier. Unsere Weste ist total zerstört. Wir brauchen... unseren Händlerfreund. Sag mir bitte, der ist hier um die Ecke. Stattdessen ist wahrscheinlich irgendwas anderes um die Ecke. Wie ich das Spiel kenne. Hallo? Oh, okay. Hier ist absolut nichts außer Ratten. Will ich die Ratten jetzt umbringen? Lass mich raten. Pistolenmunition. Immerhin, so ein Kristall. Das, das... Das habe ich vorhin auch erwartet. Dass irgendwas... Irgendwas ist, was man halt nicht an jeder Ecke findet. Pistolenmunition. Na du? Ich lasse euch mal in Ruhe. Scheiß. Was war das denn? Junge, bist du wahnsinnig? Oh. Junge. Mein Herz rast gerade. Oh, ist das ja auch ein Ofen? Warum gehst du auch in den Ofen? Ich liebe gerade, dass er hier ist. Forellenbarsch. Okay. So random plötzlich. Oh, mein Hühnchen. Ey, aber frag nicht, Mann. Frag nicht. Das ist... Das ist der krasseste Scheiß ever. Ein braunes Hühnerei. Vielen Dank. Weißt du was? Forellenbarsch. Süßer... Können wir essen. Benutzen. Das Ei auch. Why not? Ey, die Sachen sind da. Äh, Gewehrmunition. Ja, komm. Kann ich irgendwas basteln? Das sieht nicht danach aus. Schade. Hier habe ich auch nichts gefunden. Komm, wir verkaufen ihm erstmal den Stuff. Na dann. Was kann ich für dich tun? Pass auf. Das Ding brauche ich nicht mehr. Den kleinen Schlüssel brauche ich offensichtlich nicht mehr. Das hier... Ich kaufe fast alles. Ich weiß. Die extravagante Uhr. Die kannst du haben. Und... Warte, bevor ich es wieder vergesse. Oh, ist es. Okay, MP-Munition. Ich werde mir die eh nicht holen. Flinte, Gewehr, Bolzen. Das wollte ich verkaufen. Äh, alles andere brauche ich. Minenaufsätze brauche ich auch nicht. Kultierst mit Armbrust. Das lasse ich mal alles. Was kostet das denn? 500 und 1000. Ja. Ne, passt. Ah. Dafür lasse ich einiges spüren. So gut wie neu. Ja, damit... Das muss ich unbedingt... Wir haben 87.000. Ähm. Kann ich die jetzt... Oh ja, auf 24 hoch. Hui. Hier, wie du es haben wolltest. Ja, ja. Danke, danke. Das ist schon... Das ist schon wichtig. Ah, meine Rücken. Was ist denn los? Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen. Das war duschen. Es gibt Dinge, die kann man nicht mit Geld kaufen, aber mit deinen Spinels. Tunen. Will ich noch irgendwas tunen? Kann ich überhaupt... Eine gut eingestellte Waffe kompensiert... Kompensiert so einiges, da hast du recht. So, kann man hier irgendwas noch... Schön, dass hier ein Ei rumlag. Das hat uns gerettet. Unsere... Ähm... Gesundheit wieder aufgefüllt. Das war sehr, sehr hilfreich. So, mein Freund. Vielen Dank. Das hat mir sehr geholfen hier. Und, wir haben jetzt einiges am Platz, ne? Ja, guck mal. Wir können hier... Wir können was richtig Fettes mitnehmen. Ähm... Scheiß drauf. Okay. Ist hier noch irgendwas? Bevor ich irgendwas verpasse... Nein. Weiter geht's. Die roten Lichter brennen immer noch. Äh... Ähm... Was? Keycard. Mhm. Was bedeuten diese Dinger hier? Bei dem anderen waren drei von diesen Libellen... Oder dieses Zeichen von diesen... Von den Leuten hier. Hier sind nur zwei. Was heißt das? Stufe 2? Vielleicht? Stufe 2 Sicherheit. Wir brauchen auf jeden Fall die mit Stufe 3. Wichtig. Sehr, sehr wichtig. Was ist das denn hier? Kann man da nicht rein? Ich wüsste nur sehr gerne, was da drin... Dahinter ist. Entweder was, was uns weiterhelfen wird. Oder... Etwas, was uns töten... Wird. Aha, aha. Ist so eine richtige Rumpelkammer hier. Das ist das Problem. Hier ist... Danke. Hier passiert irgendwie nichts, aber so... Plötzlich. Wirst du gleich sehen. Plötzlich. Okay. Okay. Okay, okay. Hier müssen wir... Okay, Moment. Hä? Ach, das war die abgesperrte Tür. Die Tür... Tür... Nee, das war die abgesperrte Tür. Äh... Okay. Gefrierhaus. Hinter uns ist das Gefrierhaus. Sezierstation? Alter. Wir gehen erstmal ins Gefrierhaus. Hier. Mal gucken. Mal gucken, was es hier gibt. Bestimmt nur nette Leute. Oh, ich sehe schon. Auch hier kommen wir nicht rein. Dafür brauchen wir Stufe 1. Weil es Bescheid. Dann müssen wir doch hier ins Sitz-Hierhaus. Mit Lampe. Das ist gut. Die Blutflecken da hinten. Das ist nicht gut. What the fuck? Was war das? Das war groß. Bitte, bitte. Sag mir, hier kann man durch. Nein. Shit. Was ist denn? Was ist das denn? Ich glaube, da reicht die Pistole hier nicht mehr, ne? Was? Aua. Nein, nichts. Boah, sieht das gruselig aus hier. Das sieht mega gruselig aus. Hier komme ich aber auch nicht durch. Muss ich jetzt da hin, wo das Vieh rumläuft, tatsächlich? Okay, komm her. Komm her. Ich habe schon mit schrecklicherem aufgenommen. Ich erinnere nur an das Schoßhühnchen. Von der Salazar. High Voltage. Cool. Ich will es nicht doch verarschen. Der muss doch hier irgendwo sein. Der muss doch hier. Der ist ja hier reingerannt. Ich, ich höre ihn. Ich weiß aber nicht, wo er ist. Das ist schrecklich. Okay, wir lesen erst mal in Ruhe. La Bonotiz. Äh, was? Hirn Dr. Ernesto Muñoz Reyes. Pacharzt für Pathologie. Der Abteilungsleiter hat dem Antrag auf Erneuerung ihrer Schlüsselkarte stattgegeben. Bitte geben Sie mit Ihrer Schlüsselkarte der Stufe 1 zur Sezierstation und folgen Sie den Anweisungen auf der nächsten Seite. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 2 Freigabe mit dem Gerät im Griff Riehaus. Überschreiben Sie die Karte für eine Stufe 3 Freigabe mit dem Gerät auf der Inkubationsstation. Bitte holen Sie vor Benutzung der Geräte stets die Erlaubnis des zuständigen Aufwärts ein. Verwaltung Trakt 1. Natürlich. Okay, aber haben wir die Schlüsselkarte? Haben wir nicht, ne? Wo ist sie denn? Aber ich will diesen Hebel nicht betätigen. Warum muss ich das? So, was ist das hier? Äh, aha, aha. Komm. Oh mein Gott. Das ist... Kann ich das hier jetzt ausmachen? Warum sollte ich? Oh, wir sind jetzt hier. Mhm, mhm, mhm. Okay. Okay, okay. Alles wird gut. Alles wird gut. Äh, nichts wird gut. Hier ist jetzt bestimmt irgendwas aufgegangen, ne? Das Ding ist angegangen. Oh mein Gott. Warum muss eigentlich meine Lampe ausgehen? Bist du wahnsinnig? Hier ist es doch nicht hell. Oh, Moment. Was kann ich anmachen? Lassen wir so. Lassen wir so. Power. Ich verstehe dieses Ding hier nicht. Oh, Moment, doch. Das ist... Ah, ja, ja. Man muss den Weg freischalten, sozusagen. Das heißt... Kann man das irgendwie wechseln? Oh, man kann es wechseln. Okay. Ja, okay. Mein Mikro, Alter. Mein Mikro ist hart im Weg gerade. Sorry. Ähm, so. Ja, ja, ja. Man muss den Fluss irgendwie richtig stellen, in die Mitte. Ähm, vielleicht so? Äh. Das wird... Das wird beides nicht funktionieren. Moment. So eher. Nein. Ja. Das ist richtig, ne? Door Access. Ob das jetzt gut ist, weiß ich nicht. Zum Teufel ist das... Gott. Was für Experimente veranstalten die hier? Äh, keine Ahnung. Ich hoffe, du bewegst dich nicht. Alter, ich werde den Schock meines Todes bekommen. Oh. Den Schock meines Lebens bekommen, wenn du dich bewegen solltest. Oh. So, was ist hier? Ja, okay. Das ist schön. Schön, was sie hier alles so treiben. Mhm. Oh. Okay. Analysebericht. Regenerator. Datum 9. wird wie eine Art lebenswichtiges Organ fungieren. Es ist fast, als hätte er mehrere Herzen. Diese neue Kreation ist im Wesentlichen unsterblich. Ich bin sicher, selbst Dr. Frankenstein würde mir voll die Wunderung die Hand schütteln wollen. Ja, wenn ich mir das so anhöre, ja. Dritt 13. April. Ich habe der überheblichen Flachpfeifer aus der Abteilung von meinem Durchbruch erzählt. Der ist kreidebleich geworden. Dann hat er irgendwas in sein Notizbuch gekritzelt. Ich dachte, er wäre beeindruckt. Aber stattdessen hat er mich bloß vor den sogenannten Gefahren gewarnt. Der Typ hat Nerven. Vollidiot. Ich habe alles unter Kontrolle. Datum gibt keins mehr. Das Subjekt ist durchgedreht und aus dem Kryotank ausgebrochen. Der Vollidiot war ich. Du warst aber nicht das Vieh, ne? Okay, was liegt hier jetzt noch alles rum? Sag mir bitte, ich finde hier diese Schlüsselkarte. Ja. Stufe 1. Okay. Wir wissen, wo wir hin müssen. Wir wissen es. Ich muss erstmal zum Gefrier. Zu der Gefrierabteilung. Oh mein Gott. Scheiße, was bist denn du? Oh mein Gott. Ich weiß nicht mal, wo ich hinschießen soll. Oh, ich schau ab. Ein Goldbarren. Gerne. Alter, was ist denn? Weg, 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 weg. Äh, Gefrier. Äh, ist hier, ne? Alles in Ordnung. Was? Du musst den Strom einschalten. Du, riefst mich doch. Wo bin ich? Wo ist denn dieser fucking Strom jetzt? Er weiß nicht, wo der Strom ist. Der regeneriert einfach seinen Arzt. Ich brauch gar nicht auf ihn ballern, glaube ich. Ich brauch es nicht. Wo, wo ist... Moment. Wo ist denn dieser Scheiß? Ähm... Versorgung. Hier muss ich hin? Nee. Gefrierhaus. Ja, da bin ich ja nicht reingekommen. Äh, Sitz hier, Station. Aber wo krieg ich... Ähm... Strom her? Schlüsselkarte, Stufe 1 erhalten. Auf Stufe 3 umschreiben. Ja, das ist ja schön und gut. Aber wo kann ich Strom einschalten, Mann? Das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. 갖 Dissachs schade